Ja Leute, ich glaub ich muss zur Season 8 nicht viel sagen, ihr habt die glaub alle gesehen, ansonsten schauts auf YouTubern. Ähm, meine Meinung jetzt, den Battle Pass find ich eigentlich mega nice, eigentlich, ähm, ich dachte am Anfang, der wird mega scheiße. Ähm, jetzt ist eigentlich okay, bis auf den Level 100 Skin, hätt ich jetzt nicht gedacht, dass die so einen langweiligen Skin reinhauen. Ähm, ja. Ja, ansonsten Map hat sich jetzt nur den oberen Teil, ähm, ja, geändert. Wie ich auch gesagt hab, mit dem Vulkan meine Theorie, ähm, Sharky Shrubs kam jetzt nicht, aber trotzdem, jo. Ähm, 90% der Theorien haben gestimmt, ähm, darüber bin ich eigentlich ganz froh. Und ja, bei Blog gibt's so ne komische, diese eine Just-Team-Trailer, ähm, deswegen fliegt da mal hin, erkundet's, oder schaut doch zu nem YouTube-Video an. Jo, haut rein, tschau. Jo, haut rein, tschau.